Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Caitlin Young, Generation Clash Du klappst jetzt sofort deinen Laptop zu und hältst die Klappe. Die ältere Dame, die fast nur aus einem aufgedunsenen Rumpf bestand und deren lila schimmernde Dauerwellen-Kurzfrisur Leni sofort ins Auge gestochen war, musterte den jungen Mann im übergroßen Kapuzen-Sweatshort mit zusammengekniffenen Augen. Leni rutschte nervös auf ihrem Sitz umher, die Jeans klebte an ihrem Pobacken. Es war ein schwül warmer Sommernachmittag und die Luft im Abteil des Regionalzugs war klebrig heiß. Draußen schien die Sonne von einem wolkenlosen Himmel und bis zur nächsten Haltestelle in Richtung Süden würde es noch eine Weile dauern. Sie hatten gerade erst den Bahnhof von Mannheim verlassen. Hören Sie schlecht? Die Frau, die der Sweatshirt-Träger schon mit Olle Oma betitelt hatte, erhob sich und wurde dadurch kaum größer. Sie trug ein zu eng anliegendes Kleid aus einem Stoff, der besser zu einem Vorhang hätte verarbeitet werden sollen, und jene blickdichte, beigefarbene Strumpfhose, die Leni von ihrer eigenen Großmutter kannte. An einer ihrer stämmigen Waden lief eine breite Laufmasche hinunter bis zur Ferse, die in klobigen Gesundheitsschuhen steckte. Leni hatte schon vor einer halben Stunde überlegt, ob sie den Sitzplatz wechseln sollte, aber der Zug war ausgebucht und es hätte für große Unordnung gesorgt. Zunächst war sie froh gewesen, einen Platz an einem Tisch zu haben, denn sie musste eine Hausarbeit korrigieren und hatte ihre Ausdrucke und einen roten Stift dabei. Aber dann kam es zu den Spannungen zwischen der älteren Dame, die Leni schräg gegenüber saß und dem legeren, zugegeben gut aussehenden Typen an dem Tisch auf der anderen Seite des Ganges. An der gegenüberliegenden Seite des Tisches, ebenfalls am Fenster, saß ein Mann, der so blass war, als habe seit Monaten kein Sonnenlicht seiner Haut berührt. Er trug einen sonderbar eckig rasierten Bart und eine blau umrandete Brille und las ein Magazin, ohne jemals den Blick zu heben. Zu Lenis Rechten saß eine kaugummi-kauende junge Frau, vielleicht ebenfalls eine Studentin. Sie roch nach einem unangenehmen Gemisch aus Vanilleparfum und kaltem Rauch und drückte zackig auf ihrem Handy herum, während kabellose Neon-Kopfhörer in ihren Ohren steckten. Der Typ mit dem Kapuzenpullover stieg wie Leni und die Kaugummi-Frau in Mainz zu, die anderen hatten schon an ihren Plätzen gesessen. Es war das übliche Gepäckstücke durch viel zu enge Gänge drücken gewesen und Leni war froh, dass sie nur einen Rucksack dabei hatte, den sie unter ihren Sitz stopfte. Sie erfasste mit einem geübten Blick die Lage an dem Tisch, an dem sie bald sitzen würde, um für das Wochenende zu ihren Eltern nach Stuttgart zu fahren. Dort saßen der Bleiche, der so sehr in seiner Lektüre vertieft zu sein schien, dass er ein angenehmer Weggefährte werden würde und die ältere Dame, die zu dem Zeitpunkt noch damit beschäftigt war, ihre Nase in ein dickes Heft voller Sudoku-Rätsel zu stecken. Auf ihrer kantigen Nasenspitze saß eine Brille, deren Bändel aus bunten Perlen bestanden, und sie hob den Blick und lächelte, als Leni am Fenster Platz nahm. Leni mochte es nicht besonders, in vollgepackten Zügen zu reisen, aber sie hatte kein Geld für ein eigenes Auto und der 50. Geburtstag ihres Vaters fiel nun mal auf einen Samstag. Leni besuchte ihre Eltern in der Regel alle zwei Monate, vorzugsweise von Samstagmittag bis Sonntagabend. Diese Familienfeier war eine Ausnahme und kam eher ungelegen. Am Tag zuvor hatte Leni einen Schwangerschaftstest im Drogeriemarkt gekauft und in die Innentasche ihres Rucksackes gesteckt. Den Mut zum Draufpinkeln hatte sie noch nicht gehabt, obwohl ihre Periode seit zehn Tagen überfällig war. Kurz nachdem der Zug aus dem Mainzer Hauptbahnhof gerollt war, überfiel Leni eine bleierne Müdigkeit. Es konnte daran liegen, dass sie am Mittwochabend mit einer ihrer besten Freundinnen zu lange in einer Kneipe gesessen hatte, oder aber... Ihre Lieder senkten sich von selbst. Ihre Arme und Beine wurden schwer wie Blei und das gleichmäßige Rütteln des Zuges war fast wie ein Wiegenlied, bis der Kapuzentyp das erste Mal laut wurde. Ja, hey, das freut mich für dich. Er sprach ungewöhnlich laut, obwohl es im Abteil so leise war, dass es nicht nötig gewesen wäre. Mit seinen auffallend langen Fingern, die voller Silberringe steckten, fuhr er sich durch die goldenen Locken, die unordentlich seine braungebrannten Wangen umspielten. Er sah aus, als könne er die Hauptrolle in einem Spielfilm haben, als der Typ, der allen Frauen den Kopf verdreht und sie dann links liegen lässt. Und wann genau kommt das Baby? Er schrie beinahe, vielleicht vor Aufregung. Leni mochte es insgeheim, den Gesprächen fremder zu lauschen, weil sie es spannend fand, worüber sich die Leute unterhielten. Dass der Typ so laut redete, nahm dem Ganzen fast den Reiz. Hey, das ist geil, ich bin echt so super glücklich. Er lächelte und feine Grübchen tummelten sich auf einmal auf seinen Wangen und um seine Mundwinkel. Wow. Leni bemerkte, dass ihre betagte Tischnachbarin ihr Sudoku-Heft demonstrativ geschlossen und ihre Brille in einem Etui verstaut hatte. Ihr Blick in Richtung Nebentisch war vorwurfsvoll und fragend zugleich. Leni wollte wegschauen, aber ihr Blick blieb an dem Typen hängen. Ah, wir feiern, es ist so mega, dass du Vater wirst. Das hätte keiner gedacht, oder? Mega, murmelte die Oma und schüttelte verächtlich den Kopf. Geil. Leni sah instinktiv zu ihr hinüber. Sie legte die mit Altersflecken übersäten Hände auf die Tischplatte und erwiderte Lenis Blick. Ihre Augen waren wässrig-blau mit gelben Sprenkeln. Reden Sie auch so? Leni wusste im ersten Moment nicht, was sie dazu sagen sollte, aber die Frage war ganz klar an sie gerichtet. Ich weiß nicht, stammelte sie. Smalltalk war nicht ihr Spezialgebiet. Ich meine, die Jugend von heute strengt sich ja nicht einmal mehr an. Die Sudoku-Oma musterte Leni auf eine eher unangenehme Art, so als müsse sie nach Indizien dafür suchen, dass Leni auch ihrem Horrorbild von Jugendlichen von heute entsprach. Da wird die Inversion nach einem Weil einfach ignoriert. Die Oma sprach weiter, ohne Lenis Antwort abzuwarten. Da werden Artikel weggelassen. Alles ist geil und einen Genitiv scheint es auch nicht mehr zu geben. Sie schüttelte den lila schimmernden Lockenkopf. Wäre Leni nicht von Natur aus eher zurückhaltend, hätte sie gefragt, ob das an einer falschen Tönung lag oder warum um alles in der Welt sie sich so aufregte. Hören Sie! Jetzt reckte die Oma vergeblich ihren nicht vorhandenen Hals und beugte sich über den Gang zu dem Kapuzenmann hinüber, der immer noch laut am Handy sprach. Könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser sprechen? Er sah seiner Gangnachbarin unbeeindruckt ins Gesicht und lächelte auf eine Art, die vor 40 Jahren vielleicht noch auf die Alte gewirkt hätte. Jetzt sagte sie nur, Und holte eine Rundstricknadel aus ihrer Handtasche, an der etwas hing, das wahrscheinlich eine Socke werden sollte. Das Telefonat dauerte nicht mehr lange und die Oma schien sich beruhigt zu haben. Aber dann kam der Laptop ins Spiel. Leni war sich nicht sicher, ob der Typ seine Kopfhörer vergessen hatte oder aber auf Konfrontationskurs war. Jedenfalls ließ er ein lautes Musikvideo laufen, das sicher nicht dem Geschmack der Alten entsprach. Sie ließ die Stricknadeln in ihrem Schoß sinken und wandte sich erneut an den Kerl. Weißt du eigentlich, dass du nicht allein hier in diesem Zug sitzt? Zu diesem Zeitpunkt war Leni hellwach und stellte mit Erstaunen fest, dass der Bleiche immer noch las. Oder zumindest so tat. Überhören konnte man weder den Kapuzentypen noch die Oma. Was ist los mit dir, olle Oma? Der Kapuzenmann ließ das Video weiterlaufen, während er die Augen zusammenkniff. Willst du Zoff? Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass ich mich gestört fühle. Ist mir egal. Er blickte wieder auf seinen Laptop und holte einen türkisfarbenen Kaugummi aus der Hosentasche, den er mit ausladenden Kieferbewegungen zu zermalmen begann. Dieses Kaugummi-Kauen, das ist auch so eine Krankheit der heutigen Jugend. Die Oma verstaute ihr Strickzeug wieder in ihrer Tasche und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr Gesicht hatte eine zu dunkle Farbe angenommen und an ihrer Schläfe erschien eine Ader, die sich wie ein Regenwurm durch ihre pergamentartige Haut presste. Könnt ihr mal ruhig sein? Ich versuche zu schlafen, sagte auf einmal die Frau neben Leni. Sie hatte sich ein rotes Stück Stoff mit weißen Herzchen über die Augen gelegt und machte den Eindruck, als wolle sie tatsächlich ein Schläfchen halten. Ich bin erst ruhig, wenn der da ruhig ist. Die Oma ließ ihre Fäuste auf die Tischplatte fallen. Lenis suchender Blick blieb an dem blassen Lesenden hängen, dann an der Kaugummi-Kauende neben ihr, anschließend an der Frau, die neben dem lauten Typen saß, suchte nach Hilfe, aber keiner schien sich wirklich für die Zähne zu interessieren, außer sie selbst. Oh Mann! Lenis Nebensitzerin drehte ihren Oberkörper schräg und umarmte sich selbst. Sie verweilte anschließend wortlos in dieser Position, die noch unbequemer aussah als die zuvor und rückte ihre Augenbedeckung zurecht, während sie geräuschvoll ein- und wieder ausatmete. Wieder klingelte das Handy des Kapuzentypen und Leni biss sich unwillkürlich auf die Unterricht.